Hallo und herzlich willkommen zu Subnautica mit mir, dem Volperdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und mir hier bei meinen Unterwasser-Abenteuern folgst. Ja, als erstes möchte ich mich dafür entschuldigen, dass der Livestream so ein bisschen hackelig war. Da habe ich dummerweise eigentlich das falsche Programm zum Streamen benutzt. Ist schade gewesen ein bisschen, aber das ist mir auch erst aufgefallen, wo ich das selber mal kurz angepuckt habe. Aber ja, ich hoffe, es hat trotzdem einigermaßen Spaß gemacht. Ich schwimme jetzt gerade mal hinter zu der Insel, wo die zwei Basen drauf sind, die wir hier auch schon witzigerweise in der Luft sehen. Einfach deswegen, weil wir da ein paar Sachen scannen können, die wir jetzt eigentlich auch dringend brauchen, nachdem wir keinen Mehrzweckraum mehr bauen können für unsere Basis. Und die Röhren ein wenig zu, ja sag ich mal, ein wenig zu eng sind auf Dauer. Und ja, ich brauche auch noch irgendwann einen Diamanten für ein Schweißgerät, damit wir in die Aurora können. Und den hoffe ich dann auch hier hinten. Oh, da schau mal, da ist was zum Scannen. Ich kann nicht dran vorbei. Hups, ist der falsche? Wo ist denn mein Scanner? Da ist mein Scanner. So, den tun wir jetzt mal auf die 5. Was haben wir denn da Schönes? Oh, ja, das können wir auch gut brauchen. Damit können wir Wasser herstellen. Sehr gut. Wahrscheinlich brauchen wir da zwei Stück, schätze ich mal. Ja, siehste. Hm, richtig geschätzt. Ah, da, da ist es zweite, oder? Jawoll, hahaha. Welch ein Glück. Und da hinten sehe ich noch eins. Ja, ihr seht es schon wieder. Ich komme schon wieder nicht dahin, wo ich hin möchte, aber... Ja, gut, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das ist auch nochmal Basis. Wasser. Energiezellen-Ladestation-Fragment. Auf jeden Fall. Batterien brauchen wir zwar auch noch. So, und da finden wir hier auch irgendwo Diamanten, hoffe ich. So, jetzt bräuchte ich noch das zweite, bitte. Hallo, gib mir das zweite. Du warst... Oh ja. Ja, ja, ich tauche schon auf. Komm. Ab nach oben. Tempo, Tempo, Tempo. Ach, schaffen wir locker. Dann schauen wir doch gleich, dass wir das zweite Ding auch finden. Cool, cool, cool. Lohnt sich ja jetzt schon wieder hier... ...zu der Insel schwimmen zu wollen. So, du warst allerdings jetzt nochmal so ein Wasserfiltriergerät, ne? Ja. Ja. Äh, äh, ach egal. Bevor wir da noch dreimal drüber fallen. Nehmen wir es mal mit. Hier ist es ja auch irgendwie friedlicher als da, wo wir eigentlich wohnen. Da, wo es eigentlich friedlich sein sollte. Ah, haben wir schon, okay. Kupfererz. Kupfererz. Und da liegen auch noch zwei Fragmente. Oh, da stapeln sich die Fragmente. Wie blöd hier, ha? Energiezellenladestation. Ja, wunderbar. Ha. Läuft ja super hier. Ach komm, nehmen wir es auch mit. Können wir immer noch wegschmeißen, wenn wir zu viel haben. Oder wir bauen... Das ist ja hier richtig ein... Schau mal, da ist noch ein Fragment. Wir brauchen allerdings auch noch ein Lade-Dings für die Batterien. Also es mag ich nicht mehr, das ist langsam zu viel hier. Aber ihr seht sie schon wieder, ich bin schon wieder... Ja, ich tauche auf. Ich bin schon wieder von allen Sachen abgelenkt. Eigentlich wollte ich ja auf die Insel, damit ich da die Basen scannen kann. Aber ja, ich bin schon wieder dabei, alles andere zu machen. Aber mal schnell gucken, wo ist sie denn? Da hinten, wer ist sie? Wie gesagt, wir brauchen ja auch noch einen Diamanten. Also. Gucken wir nochmal kurz runter und dann schwimmen wir zur Insel, versprochen. Versprochen. So, ich brauche irgendwo... In den Kalkstein-Dingern finde ich sowas nicht. Das weiß ich auch nicht, wie tief kann ich hier noch runter gehen. Ohne die... Energiezellen-Ladestation. Die haben wir doch auch schon gehabt. Wir brauchen noch Batterien irgendwann. So, was bist du? Auch ein Kalkstein. Nehmen wir es trotzdem mal mit. Ah, diese Geräusche wieder. Und finster ist es. So, wir schwimmen jetzt mal zur Insel. Die muss ja hier irgendwo sein. Im Südwesten normalerweise. Und es wird schon wieder Nacht. Meine Herren. Und ich habe nichts zum Essen dabei. Ah, auf der Insel finden wir was. Da gibt es Früchte. Die helfen uns ein wenig. So, da ist sie ja schon. Sind wir ja gleich dort. Wieso wird denn das so finster hier? Echt schon wieder Nacht? Sauber. Jetzt nehmen wir mal den Seegleiter. Dann geht es ein bisschen schneller. Ja, da ist sie doch eh schon. Okay, und dann... Ja, jetzt sind wir mitten in der Nacht ohne Taschenlampe auf der Insel unterwegs. Wir Helden. Oder ich Held. Ihr könnt ja nichts dafür. Genau, und dann... Jetzt kennen wir uns da die Basen wieder ein. Damit wir bauen können. Und dann suchen wir uns ein friedlicheres Plätzchen. Wo wir unsere Basis aufbauen. Weil irgendwo, ganz ehrlich... Das letzte Mal wollten wir schon fast hier an der Insel. Wir haben... Ich habe es mir überlegt, ne? Aber da ist es ja irgendwie so... Auch so fad. Wobei... Oh, was haben wir denn da? Schönes Quarz. Nein, Lithium. Ach, das nehmen wir mit. Lithium ist gut. Da haben wir eine kleine Taschenlampe dabei. Haha. Wir haben unser erstes Lithium. Das heißt, wir können schon eine kleine Verstärkung bauen. Ich nehme aber jetzt mal lieber das Messer in die Hand. Das sind doch zum Teil hier böse Tiere. Na schmarrn, die waren das letzte Mal hier auch schon nicht bei. Die sind an der Basis. Genau. Ehe viel besser. Sollen sie an der Basis sein. So, und das... Ja. Picking up multiple faint energy... Hä? Keine Ahnung. War zu schnell. Ein bisschen scannen kann nicht schaden. Woxel schraub. Ah, Knollenbaum. Knollenbaum können wir da auch essen, oder? Soweit ich weiß schon. Was mir auch aufgefallen ist, die ganzen Dinge hatten alle 100% Energie. Ich weiß nicht, ist das ein Fehler im Spiel? Oder war ich das letzte Mal wirklich, dass ich die alle aufgeladen habe? Vielleicht ist da was abgeschnitten. Nö. Ach, Wasser habe ich mehr als genug dabei, ne? Aber nichts zum Essen. Ich bin schlecht vorbereitet, würde ich mal sagen, aber... Jetzt schmeiße ich es auch noch weg. Hallo, ich habe die Wasserflasche weggeschmissen. Bin ich denn weg? Wo habe ich denn jetzt hin? Oh, man. Furt ist Furt, oder? Wie war das? Okay, dann... Linke Maustaste, bitte. So. Ich würde mich jetzt nicht verdursten. Hm. Das ist ja hier finster wie im... Ja, wie heißt es so schön? Finster wie im Bärenarsch? Ja. Oh man, oh man. Ich sehe nichts. Ihr seht jetzt wahrscheinlich genauso wenig. Das ist jetzt blöd, dass wir hier genau in der Nacht ankommen. Aber ich sehe ein bisschen Weg. Mal schauen, was wir da zu den Basis hinterkommen. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig... Ach Gott, das... Also ich sehe nichts mehr. Ganz ehrlich, ich sehe nichts mehr. Ach hier, Pilze. Pilze scannen. Warum nicht? Energie haben wir ja noch. Jetzt kennen wir die auch. Weil scannen müssen wir das Zeug ja sowieso früher oder später, damit wir wissen, was das alles ist. Hm. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Kann man wieder einmal das Licht anschalten? Uah. Das war jetzt mal abgestürzt. Okay. Hm. Na komm. Da geht ein Weg lang. Ich glaube, das ist der richtige. Ja, das ist jetzt blöd, dass es hier so dunkel ist. Es tut mir leid. Ich sehe ja selber fast nichts. Aber es wird eh schon wieder Tag. So, wo bin ich jetzt hier? Keine Ahnung. Wir hüpfen mal hier rauf. Okay. Interessant ausschauen tut es hier, ne? Ich weiß nur nicht, ob ich richtig oder falsch bin. Also da oben wäre die Basis. Jetzt schaltet man bitte ein, das Licht an. Das ist ja echt lästig hier. Ich laufe hier durchs Gebüsch, sehe nichts. Hm. Strange. Und Mami hat immer gesagt, nicht im Dunkeln rausgehen, ne? Und das ist ja hier, ja. Ey, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich versuche mal hier entlang zu kommen. Das könnte richtig sein. Ich nehme mal ein Messer in die Hand. Das könnte sich auch... Ja, da ist ein Weg. Und es wird hell. Juhu. Gott sei Dank. So. Dann schauen wir mal. Ey. Wir können eigentlich auch laufen, ne? Seit dem Neuesten kann man hier laufen. Sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Da können wir es kennen. Alles mal scannen. Wer weiß, für was wir es noch brauchen. Lesen können wir das irgendwann einmal. So, Jaffa Cups haben wir. Oh, die Ming Plant. Nehmen wir auch mal mit. Und das Tolle ist ja, dass wir in dem Live-Port 7, glaube ich, war das, ne? Haben wir ja den... Den Kompass gefunden. Das heißt, den brauchen wir gar nicht bauen. Das finde ich sehr angenehm. So, und da sind jetzt irgendwo diese blöden... Krabbenviecher. Normal waren die das letzte Mal zumindest und haben ruhig drum genervt. Oh. Scheint sehr friedlich zu sein hier. Auch gut. Ja, ich habe nichts dagegen, ganz ehrlich. So, dann lass uns mal hier den Außenbeet-Kasten scannen. Der ist zwar für Unterwasserpflanzen draußen, aber trotzdem. So, da la la. Und das ist erst einmal in Kleinigkeit. Lanterne im Baum. Der gibt zwar nicht mehr so viel, aber... Schauen wir mal. Was gibt denn so eine Frucht hier? Plus 5 Essen, plus 3 Wasser. Das war mal mehr, ne? Aber ein bisschen was davon können wir essen. Dass es uns wieder ein bisschen besser geht. So. Schmatz, schmatz, Mampfgurgel. Marmor, Melonenpflanze. Auf jeden Fall. Chinese Potato Plant. Guck mal, die ist wieder Englisch. Alles ist halt auch noch nicht übersetzt, aber mein Gott, wir sind in der Early Access. Das darf man nie vergessen. So, und dann nehmen wir uns jetzt hier einen Vorrat mit. Na. Jetzt dat. Und die nehmen wir mal auf. Oh, die lohnt sich noch. Guck mal. 22 Essen, 15 Wasser. Gleich mal reinhauen. Aufnehmen kleine. Ne, brauchen wir nicht. Was, hauen wir die hier mal. Die kann man nicht. Oh, sch... Schade, schade. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Das war jetzt blöd. Okay. Was war das? Da haben wir irgendwas zum Scannen. Ach, er hier oben. Okay. Ein Scheinwerfer. Und der braucht es schon wieder länger zum Scannen. Aber wir scannen hier mal fröhlich durch die Gegend. Mehrzweckraum. Siehst, jetzt muss man nämlich scannen. Das heißt, erst dann können wir ihn bauen. Jetzt haben wir dann endlich den runden Raum. Da bin ich ganz froh drum. Dann können wir uns vernünftig wieder anfangen, Basis zu bauen. Ach, und den haben wir schon, ne? Okay. Lebende Wand nehmen wir auch mal mit. Zur Basisverschönerung bringt nichts, außer dass sie schön ausschaut. Aber vielleicht ist es diesmal uns ja gegönnt, irgendwo eine schöne, große Basis zu bauen. Nicht so wie beim letzten Mal. Aber ich habe hier keine Krabben. Wieso sind hier eigentlich keine Krebs unterwegs? Ehrlich, ich bin nicht böse drum. Ganz ehrlich. Aber es wundert mich ein wenig. Das letzte Mal waren hier welche. Ein Shot. Okay. Shot. Scan, scan, scan. Eih, das dauert immer lang, die Scannerei, ne? So. Erst der Hilfekasten. Nehmen wir mit. Ist irgendwas zum Scannen hier? Nein. Leiter. Oh, ein PDA. Nehmen wir mit. Eine Batterie. Sehr schön. Und das war das Shot, was wir schon gescannt haben. Okay. Na gut, na gut. War doch schon sehr erfolgreich hier. So, da können wir nichts mehr scannen. Geh mal wieder. Ist da noch irgendwas drin? Das war jetzt vielleicht zu ungeschnitten. Ne, komm ich raus. Gut. Na dann. Auf zur Basis nach da oben. Irgendwo. Eine von beiden. Da werden wir jetzt nur, ja. Wahrscheinlich in der Folge nicht mehr hinkommen, weil ich wieder zu blöd bin, hier rumzulaufen. Schätze ich. Aber eine nehmen wir noch mit. Und die zweite machen wir dann in der nächsten Folge, oder? Dann machen wir jetzt die Folge vielleicht ein bisschen länger. Wenn es ist. Kann man eigentlich inzwischen bergsteigen. Ja, nicht so wirklich. Obwohl, doch. Schau an. Ja, na, komm, komm. Lauf. Ey, cool. Wir können bergsteigen. Ei, 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 ei. Ja, schon noch ein bisschen schwierig. Oh, nee. Oh, nein, nein, nein. Das geht so nicht gut, glaube ich. Hm. Na, nein. So richtig bergsteigen ist dann doch noch nicht angesagt. Ne, wir sind ja auch Taucher und nicht Bergsteiger. Wenn wir den Weg andersrum suchen. Und irgendwie, ja, super. Abiquallen. Hat er gut gemacht, der Junge, ne? Dann gehen wir da rauf, komm. Nehmen wir halt erst die und dann gehen wir den Weg zur anderen. Das ist, glaube ich, jetzt easier hier im Moment. Ach, komm, jetzt stell die nicht an, da. Okay, ich meine, wir laufen im Strahlenschutzanzug durch die Gegend. Könnte natürlich schon sein, dass der ein bisschen schwer ist. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel da wirklich Rücksicht drauf nimmt. Na, aber irgendwo hier muss er... Boah! Und wieso schaffe ich es mal hier? Hm. Nichts hochzukommen. Ich bin manchmal echt... Nee. 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 Das wird jetzt wieder nichts mehr hier, oder? Ah, ich glaube, wir treffen uns lieber oben, bevor ihr hier euch wieder... Ah, da wäre der Weg. Nein! Okay. Also ich laufe den Weg da hoch irgendwie. Versuche da hochzukommen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, die hat dir bis jetzt gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten wieder mit dabei bist. Und wenn du mir ein Abo dalassen würdest, falls es noch nicht geschehen. Da war irgendwas zum Scannen. Ich habe es gerade gesehen. Genau. Und ansonsten, ja... Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und servus. Ciao, ciao und servus.